Was hat es mit dieser Schildkröte auf sich? Das ist eine Apex Carbonimus Level 200. Okay, die hat es bestimmt drauf, oder? Apex. Hallo und herzlich willkommen zu Ark Dogs. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Release vom nächsten DLC, also Genesis 2. Jetzt auch ohne, dass ich irgendwelche weiteren Verzögerungen hier suggerieren würde. Jetzt ist also die perfekte Zeit, um nochmal eine gescheite Dino Overhaul Mod auszuprobieren. Und Dogs, oder ausgeschrieben hier Dino Overhaul X, wie die Mod heißt, ist auf jeden Fall eine, die ziemlich interessant aussieht. Wir probieren jetzt einfach mal aus und gucken, was uns da so erwartet. Wir starten auf der Fjordur Map, die kennt ihr sicherlich schon. Wir hatten die ja jetzt einmal schon kurz wieder angespielt. Und, ähm, ja, ist eine super coole Mod. Ist jetzt auch schon weitgehend fertig von den Modernen Treppel und Nikatus. Und mal wieder was ganz Neues zu erkunden. Ja, wir haben hier einen klaren Fall von, ähm, ist der Frame zu klein, wirst du zu groß oder so ähnlich. Wir starten jetzt einfach mal, ich denke, auf North 2, hier oben an der Küste und gucken, was uns da erwartet. Also ich weiß doch nicht so recht, was uns hier wirklich erwartet. Ich bin selbst sehr gespannt. Ich weiß, dass es viele verrückte Viecher gibt. Wie es halt so ist bei Dino Overhaul Mods. Wunderschöner Strand. Okay. Da sind wir. Oh, das da oben ist wohl so ein Fjordur Loot. Die sehen hier alle so ein bisschen anders aus. Die ganze Map ist stark nordisch angehaucht, wie der Name verrät. Ähm, und das da oben ist wohl so ein Loot Drop, den wir wahrscheinlich eh nicht looten können, weil der lila ist und ich bin noch nicht so wirklich weit. Wir sind jetzt Level 1 oder 2 oder so. Und das da oben ist so ein Obelisk. Die sehen hier auch anders aus. Die sehen aus wie so riesige, ähm, ich weiß nicht, Lochsteine. Sehr interessant auf jeden Fall, wie so ein nordischer Talisman. Wir gehen jetzt einfach mal so ein bisschen spazieren und gucken, was uns hier erwartet. Wir gucken uns einfach so ein bisschen um, stellen mal die ersten Äxte und so her. Ja, viel müssen wir eigentlich gar nicht herstellen, ne? Wahrscheinlich überleben wir sowieso nicht. So lange. Chill. Oh, 190er-Kompi. Au, au, au. Haben wir ihn abgehängt? Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Mann, sind die schnell. Oh mein Gott. Was sollen wir nur tun? Ähm, das eine war ein 190er, ne? Wir gehen mal in Movement Speed. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Vielleicht ist das hier das Wichtigste am Anfang. Wir werden sehen. Schmeißen jetzt mal die ganzen Skins raus. Wir kriegen bestimmt bald wieder neue. Ähm, ja, ich erwarte schon, dass wir jetzt am Anfang ein bisschen zu kämpfen haben, wie das halt so ist bei so Dino-Overhaul-Mods. Ähm, wir gehen jetzt einfach weiter den Strand entlang und hoffen, dass die Kompis sich für irgendwen anders interessieren. Oh, die kommen schon wieder. Und die sind so schnell. Aber erst muss das ganze Rudel da sein, sonst sind sie nicht aggressiv. Ein oder zwei sind ganz lieb. Ähm, wir rennen von Kompis weg. Okay. Da ist ein Petri. Und ein Dodo. Sind wir sie los? Nein, der ist immer noch hinter mir. Wir können uns nicht mal die ganzen Petris angucken. Weil wir dann gefressen werden. Das geht ja gut los. Die lassen mich auch nicht in Ruhe. Ich hab keinen Ausdauer mehr. Okay, ist aber nur noch ein 470er. Okay. Bitte nicht beißen. Der sieht mega cool aus. Der hat so ein Leoparden-Muster und ist irgendwie pink. Mega cool. Wenn ich den jetzt boxe, dann one-hitted er mich wahrscheinlich. Oh, eine grüne Schildkröte. Die frisst den Dillo. Gehen wir mal in Deckung kurz. Okay. Was hat es mit dieser Schildkröte auf sich? Das ist eine Apex Carbonemys Level 200. Okay. Die hat's bestimmt drauf, oder? Apex. Was bist du? Ähm, ein 600er Strike. Ähm, hast du irgendwie... Oh, mit Level 65 dürfen wir das Strike füttern? Super gut. Gut. Dann müssen wir nur noch Level 65 werden. Und dann können wir das füttern. Ähm. Der ist ja cool, ne? Wo wollen wir denn überhaupt hin? Ich laufe hier so ein bisschen ziellos in der Gegend rum. Und der Kompi ist noch da. Der ist echt ein bisschen anhänglich. Ist das eine Schildkröte oder ein Sarko, was da rumschwimmt? Das ist eine Schildkröte, ne? Eine superschnelle Schildkröte. Wollen wir da übersetzen? Das ne? Ein Fiomia. Also wir sind jetzt hier an der Küste unterwegs, ne? Ich weiß nicht, wo wir hinwollen. Wir sollten uns irgendwo erstmal aufbauen, wo es so halbwegs safe ist. Und dann mal weiter gucken. Wie sieht's in einem Meer aus, hier im Wasser? Alles chillig, oder? Alles gut. Okay. Nur ein paar Fischis und so. Oh je. Gleich mal hier in das frische Wasser gemacht. Ich glaub, den Kompi haben wir abgehängt, oder? Die gehen nicht so gern baden. Oh, da ist ein Kahn. Wie? Frisst er den Kompi? Oh, da ist ein Dillo. Ich glaub, das wird immer gefährlicher, je weiter wir hier laufen. Was bist du? Carbonibus. Ganz normale. Okay. Ja, also es gibt halt unendlich viele komische Dinos. Da müssen wir uns erstmal zurechtfinden, welche da stark sind, welche nicht stark sind. Das ist ein 310er Petri. Der wär auch cool. Wir können wohl die Dinos passiv zähmen, wenn ich das so sehe. Das ist ziemlich cool. Wollen wir uns da auf so einem Felsen aufbauen? Das ist bestimmt gut, oder? Da haben wir so ein bisschen unsere Ruhe. Vielleicht auf diesem vorgelagerten Felsen. Mit ein bisschen Glück spawnt er dann nix. Und wir überleben etwas länger. Mal gucken. Ich hab ein bisschen Hunger. Die sollten vielleicht ein paar Bären futtern oder so. Oh, er schreit schon. Nee, ich will keinen Sand. Gib mir mal was zu essen. Die Büsche hier kann man nicht aufsammeln. Ich brauch... ... ... ... ... ... ... Ich brauch ein paar Bären. Okay. Nix wie weg. Und ein paar Bären essen. Und die werden nicht lang reichen. Aber besser als nix. Wir hauen mal ab. Hier gibt es zu viele Dillos. Und da ist noch ein Dillo. Oh, wir brauchen ein Lagerfeuer und dann müssen wir die Dillos grillen. Aber die sind bestimmt Level 500 und fressen uns mit zwei Bissen. So. Können wir da hochklettern? Ich denke schon, oder? Der sieht relativ flach aus, der Felsen. Und Dodo. Was ist das bitte für ein Dillo? Das sind Rays Dillos. Da ist der Dodo. Oh, können wir den essen? Das ist ein Level... ...400er Dodo. Okay. Ähm. Das wird alles ziemlich schwierig werden. Das sehe ich jetzt schon kommen. Wir gehen jetzt erstmal ein paar Bären sammeln, weil die... ... 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 Wir müssen schnell was essen. Was war das? Also da ist so eine kleine Insel. Und hier ist so ein Wrack, ne? So ein Fass. Okay. Also hier hat mal irgendwer gewohnt. Aber wie wir schon festgestellt haben, ist das... Oh, mega cool. So ein Felsbogen. Das ist eine relativ, ähm... ...unentspannte Gegend hier. Das ist schon ein bisschen... ...bisschen haarig. Und dementsprechend hat diese Siedlung hier... ...oder dieses... ...dieses Häuschen auch nicht lange überlebt, ne? Das ist nur ein einzelnes Häuschen scheinbar. Kommen wir da irgendwie hoch? Weil da oben wäre es ja eigentlich auch recht cool, oder? Ein riesen Felsbogen. Ich weiß halt nicht, ob man da hochkommt. Wir gucken uns jetzt einfach mal so ein bisschen hier um. Ziemlich coole Map auf jeden Fall. Gibt viel zu erkunden. Das sieht man auf den ersten Blick. Da kommen wir bestimmt hoch. Ich frage jetzt halt, ob die Dinos da auch hochkommen. Bestimmt. Das ist dann wieder nicht so gut. Ja, also das ist ein riesen... ...riesen Aufgang auf beiden Seiten scheinbar. Das heißt, wir sind da oben nicht safe. Aber wir können dann zumindest Ressourcen sammeln da oben. Wäre wahrscheinlich eh doof, das zuzubauen, weil dann haben wir kein Metall mehr. Ich glaube, da gab es Metall, ne? Es sah so aus. Mal schauen. Also das ist alles Stein. Da gibt es ein bisschen Metall. Okay. Also eigentlich schon ganz nett hier oben, ne? Wir dürften hier schon so halbwegs safe sein. Also bis die Viecher hierher kommen, sind sie bestimmt schon runtergefallen. Die sind ja nicht so schlau. Vielleicht bleiben wir einfach hier. Wenn wir nicht vorher verhungern. Dann geht es jetzt an die Arbeit des Aufbauens. Wir brauchen dann dringend mal so eine... Ich sollte vielleicht nicht noch Health Level, ne? Movement Speed. Dann bam. Wir brauchen dringend einen Schlafsack und sowas, dass wir hier auch wieder spawnen können. Sonst müssen wir wahrscheinlich ziemlich weit laufen, wenn es mich zerlegt. Und so wie es aussieht, wird es mich ziemlich bald zerlegen, ne? Ich komme ja nicht mal vor so einem Dillo weg. Die sind ja viel zu schnell. Sleeping Bag. Storage. Und Foundation wäre auch ganz gut, ne? So. Dann haben wir jetzt erstmal so die wichtigsten Sachen. Dann geht es jetzt los. Was ist das? Wir haben so viele Buffs. Overlord nearby. Oh, okay. Ist das gut oder schlecht? Overlord. Oh Gott. Wir werden sehen. Jetzt gibt es erstmal ein paar Sachen zum Anziehen. Dass es uns nicht so kalt ist. Es ist doch recht kühl hier. Deswegen haben wir wahrscheinlich so viel Hunger. Dann brauchen wir ein Lagerfeuer. Die ganzen Tools. Es gibt einiges zu tun. Oh, was ist das denn? Das muss dieser Overlord sein, oder? Vermute ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob der lieb oder böse ist. Vielleicht schmeißt er gleich eine Bombe hier ab und dann können wir wieder von vorne anfangen. Wir werden sehen. Aber ich nehme an, dass das der Overlord ist. Den anderen habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wir bauen mal hier unser Feuerchen irgendwo auf. So. Und noch so eine schöne Kiste. Und dann bauen wir uns hier ganz gemütlich so eine kleine Starterbase. Wie sich das gehört. Ich bin so ein bisschen nervös. Mal gucken, was der dann treibt. Hier vielleicht so eine Foundation. Für die Sachen, die irgendwie auf einer Foundation platziert werden müssen. Können wir auch hier, ne? Hier ist eher so eine komische Kante. So, dann bauen wir die so ein bisschen zu. Nee, der ist friedlich. Der Overlord. Der guckt nochmal, was hier so abgeht. Schaut, was wir so treiben. Gehen wir mal so ein bisschen in Fortitude. Ist relativ kühl. Ich weiß nicht, wie es dann nachts ist. Wahrscheinlich noch kälter. So. Und dann haben wir auch direkt Metall vor Ort. Das ist total gut. Was wir halt jetzt brauchen, ist Leder, ne? Auch um den Schlafsack herzustellen. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich los und uns mit diesen total verrückten Viechern anlegen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Wir werden sehen, was dabei passiert und was da so rauskommt. Können wir schon. Aber wir haben jetzt nur Sperre eigentlich. Wir stellen einfach einen Riesenhaufen Sperre her. Gucken, ob das reicht. Das sind fünf Sperre. Dann suchen wir uns einen Dodo, Level 3000 am besten. Und hacken so lange auf dem Rum, bis da ein paar Steaks rausspringen. Oder beziehungsweise, ich weiß nicht, Hühnerbrust oder sowas. Was wir dann grillen können. Mal schauen. Aber so ein Dillo schaffen wir sicherlich nicht. Wahrscheinlich wird sich das Dodo dann umdrehen und mich mit einem Hack und seinem Schnabel töten. Mal schauen. So ein Level 500 könnte das schon schaffen. Wir haben jetzt zumindest so ein bisschen Rüstung. Vielleicht sollte ich die Sperre einfach werfen. Zur Sicherheit. Dass wir nicht zu nah an so ein Dodo ran müssen. Oh, da ist einer. Hey, du. Magst du auf unseren Grill? Du bist ein Level... Oh, mit 45? 400 Szener. Mit Level 45 dürften wir das zähmen. Das ist schon ziemlich gemein. Wir sind zu low, um überhaupt ein Dodo zähmen zu dürfen. Das ist schon ziemlich böse. Okay. Wir könnten das bestimmt auch über den normalen Weg zähmen. Nehme ich jetzt mal an. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das müssen wir halt mal testen. Aber ich glaube, im Moment testen wir jetzt erstmal, ob die schmecken. Weil das ist wichtiger. Du bist ein Level... 1040. Okay. Mach mal weiter. Okay. Wir essen jetzt ein paar Beeren. Bis wir so halbwegs satt sind. Und ein paar Seeds. Die sind auch immer lecker. Wenn die Beeren aus sind, dann holen wir uns dieses Dodo. Okay. Hä? Was ist passiert? Wo ist es hin? Ich glaube, es ist weggeflogen. Ich glaube, das wollte mich angreifen. Ich bin mir nicht sicher, was das wollte. Was ist denn jetzt passiert? Haben wir das... Das ist weg. Das... Nein. Mein Mittagessen ist weggeflogen. Wo ist es denn jetzt hin? Für mich sah das so aus, als hätten wir es hier weggeworfen. Aber irgendwie ist es auch auf mich zugeflogen. Das war sehr komisch. Aber die haben scheinbar nicht so viele Hitpoints. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die aggressiv sind oder nicht. Ich glaube, wir müssen es nochmal probieren. Ist es das? Oh, ich glaube, ich habe es. Okay. Ich glaube, wir haben das irgendwie aufgesammelt. Also in dem Moment, wo ich es getötet habe, hatte ich es dann in der Hand. Und habe es dann wieder weggeworfen. Irgendwie ganz komisch. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Fleisch. Wir probieren jetzt das andere auch direkt, oder? Ah, so ein... So ein Level Tausender. Mit Level 75 dürfen wir das zähmen. Ja, alles klar. Können wir uns so eine Keule herstellen? Ähm... Das wäre ziemlich cool. Vielleicht können wir das ja betäuben und dann mitnehmen. Weil so ein Level Tausender... Dodo, das kann es bestimmt gut beschützen. Das ist bestimmt stärker als ich. Haben wir irgendwo hier die Keule? Ich finde die Keule nicht. Ähm... Kommt die erst später? Klapp. Okay. Level 8. Hightech Equipment. Ja, damit. Eine reicht, glaube ich, oder? Um Dodo zu betäuben. Wir werden sehen. Notfalls wechseln wir auf den Speer, falls es mich versucht zu töten. Das Killer-Dodo. Schlaf jetzt! Nee, das flieht. Ist alles gut. Das ist nur ziemlich schnell. Aber es flieht. Es frisst mich nicht. Das ist gut. Schlaf jetzt! Du sollst doch nur schlafen. Das ist noch nicht müde, glaube ich. Okay. Irgendwann wird es müde. Wir müssen nur ein paar Mal draufhauen. Das ist so ein Arkt. Ich will dir gar nichts tun. Ich will dir nur helfen, ein bisschen zu schlafen. Ganz gemütlich. Ich weiß aber gar nicht, wie viele Bären die brauchen. So ein Level 1000. Wahrscheinlich 450.000 Bären. Bist du immer noch nicht müde? Ich weiß auch nicht, ob wir das müde kriegen. Irgendwo ist noch ein anderes, oder? Machst du hier die Geräusche? Schlaf doch jetzt! Wie lange soll ich denn noch weitermachen? Vielleicht nehmen die hier auch keinen gescheiten Torpor-Damage? Ich glaube, das stirbt irgendwann einfach. Wahrscheinlich wird das noch ein bisschen dauern, oder? Okay, ist tot. Man kann die, glaube ich, nicht betäuben. Das schien jetzt nicht so. Kann natürlich auch sein, dass es irgendwie mit dem Level zusammenhängt und es einfach zu viel Torpor hat und zu wenige Hitpoints. Auf jeden Fall haben wir jetzt so ein bisschen Heid, oder? Ja, wir haben ein bisschen Leder bekommen. Und wir haben was zum Grillen. Das ist das Allerwichtigste. Ich habe nämlich einen Mordshunger. Ich darf jetzt nicht zu viele Hitpoints leveln, weil wir noch ein bisschen in Gewicht. Weil wir noch nichts zu essen haben, ne? Ein bisschen Stamina. Das könnte uns am Leben halten. Ein bisschen Movement Speed. Machen wir mal 109. Das ist, glaube ich, ganz gut. So. Dann essen wir die letzten Beeren hier. Kein rohes Fleisch essen. Das ist nicht so gut. So. Und jetzt wird erstmal gegrillt. Ein bisschen Holz haben wir ja, ne? Da nehmen wir vielleicht noch so ein bisschen Holz mit. Dann gibt es erstmal eine Grillparty. Was? Golderz? Das ist ja ziemlich cool. Ich glaube, ich bin auf eine Goldader gestoßen. Das ist ja nicht verkehrt, oder? Ich weiß nicht, was wir daraus machen. Vielleicht eine goldene Spitzhacke. Viel mehr haben wir jetzt im Moment nicht Verwendung für Gold, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich die Dinos hier für Gold interessieren. Vielleicht können wir die irgendwie bestechen, dass sie uns nicht fressen. Was wir auf jeden Fall mal machen können, ist so eine Refining Forge hinstellen. Und ein paar Steaks essen. Die müssten jetzt schon fertig sein. Okay, neun Stück. Essen wir mal vier oder so. Und dann stellen wir das Teil hin. Dafür brauchen wir eine Foundation. Am besten aus Thatch oder so. Schön brennfähig. No risk, no fun. Packen wir ein bisschen Holz da rein. Und das Gold? Ne, wir packen jetzt erstmal das Metall da rein. Wir kümmern uns um das Gold, wenn es so weit ist. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Im Lantian Crafting Table können wir das irgendwie refinen. Also ich glaube, das können wir hier sowieso nicht drin verwenden. Da brauchen wir einen extra Tisch für. Was ist das? Ach, das ist so ein random Chibi-Dino. Können wir herstellen. Eigentlich auch ganz cool. Können wir dann auch mal machen. Jetzt schauen wir erstmal, was hier in der Gegend so abgeht. Ich glaube, die Sonne geht langsam unter. Und da ist ein Trike. Was ist hier noch so los? Mal gucken. Also wir brauchen auf jeden Fall mal irgendwen, der uns so ein bisschen hilft. So irgendwas, was uns beschützen kann so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, ob es überhaupt irgendwas gibt, was uns hier vor irgendwas beschützen kann. Ich denke, wenn da so ein Apex vorbeiguckt, dann sind alle anderen Viecher erstmal nutzlos. Ich weiß nicht genau, wie stark die sind, aber so kennt man das ja. Die werden wahrscheinlich ziemlich stark sein. Schauen wir mal runter an den Strand, oder? Das ist ein Petri. Also ein Petri wäre super gut, dass wir uns die Welt so ein bisschen angucken können. Und notfalls die Lüfte entfliehen können, falls hier irgendwelche fiesen Viecher auftauchen. Das ist immer angenehm. Aber hier ist es relativ ruhig bei uns, zum Glück. Also bis jetzt. Und dunkel auch. Es wird immer dunkler. Super ruhig. Hier ist ja gar nichts los. Hier waren eben noch einige Tiere unterwegs. Das ist so ein Diddy Curious. Oder, oder... Diddy Curus. 995. Die sehen ja immer so neugierig aus, ne? Jedes Mal einen neuen Namen für die Viecher. Ich glaube, der ist uns noch ein bisschen zu hoch, ne? So ein Dodo wäre ziemlich cool. Aber die kann man, glaube ich, alle nur passiv zähmen. Dann müssen wir erst Level 45 werden. Zu essen haben wir ja jetzt genug. Wir bräuchten aber Leder, ne? Das heißt, wir nehmen die einfach alle mal mit. Und das nächste Mal, wenn wir den Level 1000 da sehen, dann versuchen wir den zu zähmen. Aber dann müssen wir halt Level 75 oder so sein, ne? Oh, jetzt habe ich ihn in der Hand. Das ist hier so. Das ist wie beim Angeln. Okay. Dann wissen wir jetzt Bescheid. Gut. Ähm, ja, tut mir leid. Ein Klo haben wir auch noch nicht gebaut. Das kommt dann noch. Ich habe schon wieder einen Mordshunger. Ich kann mich kaum 10 Meter vom Lagerfeuer entfernen, ohne zu verhungern. Ist halt auch ziemlich kalt hier, ne? Also wir bräuchten jetzt dann irgendwie möglichst bald eine Fellrüstung eigentlich. Habe ich schon alle Steaks aufgegessen? Da sind die alle. Lassen wir einfach alle auf. So. Das wird dann hoffentlich mal einen Moment reichen. Mal schauen. Das ist ein Diplo. Sag mal dem mal Hallo. Hey Diplo. Ich sehe nur den Diploschwanz. Komm hier nicht durch. Ist alles so dunkel. Der steckt den Kopf in den Felsen. Ich glaube, der will nichts von uns wissen. Da ist ein Fiom hier. Also die Gegend ist relativ ruhig. Da drüben ist irgendwie so ein bisschen Schnee, ne? Da fängt wohl das nächste Biom an oder so. Das ist ziemlich verrückt. Das ist ja auch kalt, die Gegend, ne? Da wird es dann noch ein bisschen kälter sein wahrscheinlich. Wir haben hier jetzt 6 Grad abends. Also nachts wird es noch deutlich kälter werden, denke ich mal. Da oben ist ein Loot. So ein Loot-Drop. Hm. Ja, da gehen wir jetzt aber nicht hoch. Ich will mich nicht zu weit entfernen, solange wir noch keinen Schlafsack haben. Ich glaube aber, wir könnten uns jetzt mal einen hinlegen. So, das machen wir mal. Einen Bogen stellen wir auch mal her mit 55 Pfeilen. Okay. Und so ein Taxi-Dermi-Tool brauchen wir auf jeden Fall. Style ist ja auch immer wichtig. Gut. Ich glaube, wir können uns auch die Schuhe und so herstellen. Wir könnten auch direkt... Oh, Leder. Wir brauchen, glaube ich, mehr Leder. Stellen wir uns erstmal die Stoffsachen her. Besser als nichts, oder? Aber selbst dafür brauchen wir zu viel Leder. Ich glaube, der Schlafsack ist wichtiger als die Rüstung. Ist halt einfach so. Bogen. Fangen wir den mal auf die 2. Schlafsack. Und dann sind wir ja schon fast aufgebaut hier. Jetzt müssen wir, glaube ich, wirklich hochleveln. Das heißt, einfach Ressourcen sammeln, irgendwie die Base aufbauen. Und erst, wenn wir ein gewisses Level erreicht haben, können wir überhaupt anfangen, Tiere zu zähmen. Oder wir bauen die Schleuder und probieren mal aus, ob wir vielleicht ein Petri oder so betäuben können. Aber ich denke, das ist... Das ist komplett, ähm... Unfug. Das bringt nichts, weil... Oh. Ich habe echt Angst, dass hier irgendwas aufkreuzt. Ich habe da was gehört. Das bringt nicht viel, weil mit einer Schleuder irgendwie ein 500er Petri zähmen zu wollen, das dauert ja eine halbe Stunde. Da ist der dann wahrscheinlich 400 Mal weggeflogen. Das heißt, ich glaube, wir müssen wirklich versuchen, die passiv zu zähmen. Selbst wenn es vielleicht anders ginge. Und... Ja, schauen, wie wir da klarkommen. Mal gucken. Ich denke, ich werde jetzt einfach ein paar Ressourcen sammeln, ein bisschen Metall einschmelzen und Vorbereitungen hier treffen. Das ist das Beste, was wir machen können zum Hochleveln. Und so eine Smithy herstellen. Dafür brauchen wir einfach nur so ein paar Metallbarren. Und dann haben wir direkt schon mal die Smithy stehen. Und dann können wir mal so Richtung Crossbow und die Metalltools und so gehen. Dann lohnt sich auch das Farmen so ein bisschen mehr. Schauen wir einfach mal hier daneben. Und bam. So, dann brauchen wir das Zeug. Wir brauchen Holz. Ich habe kein Holz mehr. Das ist nicht gut. Und Leder. Das ist überhaupt nicht gut. Okay. Also wir müssen dringend noch Leder organisieren. Also wir müssen irgendwelche Tiere abmurksen. Geht nicht anders. Bis wir hier an Leder rankommen. Das können wir jetzt entfernen. Oh, da ist ein Fasan. Und das ist der weiße Speeddelo. Ähm. Warum wir den... Oh, 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 oh. Chill. Ich kriege dich. Das ist... Das ist ein 83er. Wir müssen ihn zerlegen, sonst zerlegt er mich. Ich glaube, er flieht. Okay, ich flieh auch. Deal? Ich will ihn eigentlich zerlegen, den fiesen Vogel. Alles gut. Chill mal, Parasaurus. Ich wäre fast von so einem Fasan getötet worden. In drei Hits. Okay. Und wir sind jetzt Level 55. Ich habe jetzt 300 Hitpoints gehabt. Die habe ich dann hoffentlich bald wieder. Ähm, vielleicht sollten wir uns erst Kristall organisieren, dass wir die Viecher vorher checken können. Den Dillo greife ich jetzt nicht an. Der ist so schnell, dass entweder ein Apex Dillo oder ein Level 2000er oder sowas. Das heißt, von dem lassen wir am besten die Finger. Ich bin auf der Suche nach Leder. Aber die Suche gestaltet sich sehr schwierig und ein bisschen gefährlich. Die Sonne geht auf jeden Fall wieder auf. Das heißt, wir sehen wieder so ein bisschen mehr. Das ist schon mal gut. Und da unten ist so ein Drop. Der ist blau. Ich glaube, dass mit viel Glück könnte das hinhauen. Gucken. Blauer Loot. Und Dodo. Jawohl. Mit Level 50. Ähm, das brauchen wir aber nicht wirklich, ne? Das ist schlecht. Was sollen wir denn mit einem Blutkring zum Kropplot? Ei, ei, ei. Headshot. Das hat funktioniert. Okay. Du kommst mit. Du musst dein Leder geben. Wir brauchen Leder, um uns die Metalltools herzustellen. Deswegen habe ich die noch nicht. Davon ist eine Schildkröte, ne? Ich habe schon wieder mega Hunger. Ähm. Bist du Level 1000? Oder kann man dich auch essen? 545. Ich glaube, da fangen wir nicht an. Da brauchen wir wahrscheinlich 300 Pfeile. Das ist ein Kalimimus. Außerdem weiß ich nicht, wie schnell die sind, ne? Also, das täuscht. So eine Schildkröte ist hier nicht langsam. Wenn es so eine 500er ist, dann ist die verdammt schnell. Bist du denn? Bist du? Ja, der hatte auch so einen Name Tag. Aber der war ein bisschen hoch, ne? Habe ich nicht gesehen, was der für ein Level hatte. Seht ihr was Lebendiges? Da vorne. Das sind irgendwelche Vögel, oder? Das ist ein Petri. Der eine sieht aber viel kleiner aus als der andere. Oh, lecker. Die sind ziemlich lecker. Tut mir echt leid. Aber wir brauchen das Leder. Gib mal dein Leder her. Okay. Der Overlord ist ausgeflogen. Da ist der Große, ne? Und da ist der Kleine. Wieso ist der so viel kleiner? Was ist denn mit dir? Adolescent. Es gibt Jungtiere. Oh, mega cool. Das tut mir jetzt umso mehr leid. Oh, ich habe ihn erwischt. Okay. Die Eltern tun nichts. Das ist gut. Das war jetzt ein bisschen risky, der Move. Aber der dürfte uns nochmal extra viel Leder geben, ne? Mal schauen. Oh, ja. Leder. Fast 70 Leder. Dafür hat sich das gelohnt. Das ist ein Pinguin. Und wir haben eine Keule dabei. Ich glaube, wir haben eine ziemlich gute Location hier gewählt. Sowas Brutales, ne? Wir sind heute ziemlich viel auf Jagd. Aber wir brauchen die ganzen Ressourcen. Wir haben ja die Keule dabei. Okay. Das funktioniert auch. Gut. Das ist die ARG-Methode, um an organisches Polymer zu kommen. An sich schon eine sehr interessante Ressource. Aber die Art des Erntes ist nochmal ein wenig interessanter. Super gut. Dann müssen wir uns ganz schnell so einen Preserving-Bin bauen, dass wir das Zeug auch aufheben können, damit sich der Ausflug gelohnt hat. Der ist sowieso direkt vor unserer Tür hier, ne? Hier gibt es bestimmt Wölfe und Säbelzähne und sowas. Aber für den Moment sind wir hier das Raubtier und holen uns die ganzen Pinguine. So. Wir sind jetzt schon mal Level 90 praktisch. Die 10 stecken wir jetzt mal, ich glaube noch in Hitpoints, oder? Ich glaube, wir brauchen viele Hitpoints in der Mod. So. Und noch ein bisschen Movement Speed. Gewicht ist auch immer wichtig. Wir gehen auch direkt auf 600 Gewicht. Und wir haben natürlich super viele Mods mit in dem Mod-Paket. Und da werden wir dann auch noch tiefer reingucken, sobald sich das ergibt. Wir brauchen erstmal so ein paar Ressourcen und ein paar Tiere, die uns irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Wir haben es jetzt noch nicht geschafft, ein Tier zu zähmen. Hier gibt es ein Dogs Book of Smarts. Also die ganz Schlauen, die werden sich wahrscheinlich ganz am Anfang dieses Buch craften und dann mal reingucken, nehme ich an. Das machen wir jetzt auch mal. Tun so, als wären wir schlau. Mal gucken, ob da irgendwas Sinnvolles drin steht. Vielleicht macht der Morder sich auch nur lustig über uns und schreibt überhaupt nichts Sinnvolles rein. Wie können wir das Ding denn lesen? Wo ist das? Das ist jetzt da drin gelandet, oder wie? Okay. Ah, okay. Mit der rechten Maustaste können wir das aufrufen. Und getting started. Hall of Fame. Warning. Ach so. Also die Mod, die hebt die ganzen Werte und Levels und so so weit an, wie arg das erlaubt. Das heißt, wenn wir die noch weiter erhöhen, dann Resetted Arc praktisch, die ganzen Settings. Das sollte man also nicht tun, sondern man sollte das Ganze so möglichst normal lassen. Wir sollen die Schwierigkeit auf 1 lassen und so weiter und so fort. Ganz interessant. Und getting started, was steht denn da so? Spawn? Ja, wir sollen in einer sicheren Region spawnen. Macht Sinn. Das sind also Sachen, die wir eigentlich schon ganz gut wissen. Also die Apex, die haben wohl guten Loot für uns, steht hier. Die sollen wir wohl mal killen und uns den Loot angucken. Die haben zum Beispiel irgendwie eine gute Betäubungs-Rifle. Es gibt auch diverse wichtige... Gehen wir hier mal raus, wie das geht. Close. Close. So. Es gibt hier ganz viele wichtige Docs-Items praktisch. Zum Beispiel hier so Stone Arrows. Die können wir aber, glaube ich, mit dem normalen Bogen nicht verwenden. Sondern wir brauchen dann auch den Docs-Bogen dafür. Und ich glaube, diese Sachen kann man sich nicht herstellen, sondern den Bogen, das Gewehr und so, das müssen wir alles finden. Und ich habe die Vermutung, dass die alle von diesen Apex-Tieren gedroppt werden. Ich werde da noch so ein bisschen weiter in diesem Handbuch forschen. Da steht ja ganz viel Interessantes drin. Und dann gucken wir mal, was wir erreichen können. Ich glaube, bis wir den ersten Dino haben, könnte es noch ein Weilchen dauern. Vielleicht schaffen wir es nächste Folge. Ich habe auf jeden Fall schon so ein paar Narcotics gestartet. Und da müssen wir einfach mal schauen, wie schwierig das hier ist. Wir können ja die Tiere auch passiv zähmen. Aber ich weiß halt nicht, wie viel Bären oder was wir brauchen. Ob wir da vielleicht erstmal ein Gewächshaus brauchen, um die mit Karotten zu zähmen oder so. Wir werden sehen. Die sind halt schon super high level. Also das wird nicht allzu einfach sein. Aber wir haben jetzt zumindest mal den Einstieg gewagt. Wir haben einigermaßen gut überlebt. Also ich bin recht erstaunt. Leider haben wir jetzt keine Skins. Weil ich hatte eigentlich erwartet, dass wir gleich wieder Skins bekommen. Dass wir doch irgendwie das ein oder andere Mal gefressen werden. Irgendwie habe ich es geschafft, hier ganz gut zu überleben. Die Gegend ist aber auch echt momentan super safe. Ich hoffe, das bleibt so. Aber momentan kann ich das auf jeden Fall empfehlen hier. Wir haben Metall. Und ich wurde noch nicht mal gefressen. Das ist wunderbar. Wir könnten da rüber zu dem Loot laufen. Aber das ist ein langer Weg. Ich glaube, da müssen wir ganz weit außen rum, um da hoch zu kommen. Und der letzte Loot hat mich ziemlich enttäuscht. Deswegen gehe ich das Risiko eigentlich gar nicht erst ein. Na gut. Das war auf jeden Fall die erste Folge von Arc Dogs. Ich bin super gespannt auf die Mod. Ich hoffe, ihr genauso. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habt ihr die Mod ja selber schon angespielt. Die gibt es jetzt auch schon wieder ein Weilchen. Ich freue mich auf jeden Fall mega, jetzt in diese Dino-Overhaul-Mod reinzuschauen. Das war es von mir. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dann. Und wir sehen uns dann. Untertitelung des ZDF, 2020